Guten Tag, ich bin Heinrich aus Oktoberfest. Willkommen aus unserem Programm in Küche mit Hitler. Super! Sieg Heil! Sieg Heil! Adolf, was wir machen heute? Heute wir machen eine scheiße Wurstfisch. Die besten Reiters in der Gestapo. Das ist fantastisch, Adolf. Sieg Heil! Sieg Heil! Adolf, was komponenten wir potrzebieren auf? Ein Arische Fisch. Ein Scheißwurstfisch. Ein Bitten Schmittanen. Und natürlich zu skacken, beste Dunschen zu skacken. Erste Operation ist Schlachten ein Fisch. Wir brauchen ein Gas. Achtung, Sekunde! Oh ten! Ja. Schnauchen! 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 Ein Fisch ist nicht kaputt! Die Ziton will nicht funktionieren! Aber... Ich habe eine Wunderwaffe! Hallo? Nicht schließen! Ich bin gute Kinder aus Hitlerjugend! Haha! Es war ein Spaß! Das ist toll! Sie heulen! Achtung! Arbeit macht frei! Sie heulen! Gut! Und jetzt wird der Heulen ein Pisch mit Scheißwurst! Die Scheiße-Kübassen ist der Nationalspezialität, lieber Bayer! Ich liebe die Scheiß-Kübassen! Sehr! Und... Pepper! Und... Ja! Gute Bitteschmettanen! Deutsche Bitteschmettanen! Haha! Und... Truskafken! Guten Truskafken! Und... Das ist mein Secret! Achtig! Tvuken! 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 Fatsang! Ah!